Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Mittwoch, dem 12. September 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 458 und am heutigen Apple-Event-Abend habe ich euch die folgenden Themen mit dabei. Eine halbe Million, Wear 3100, Huawei Patch, Neuerlack, KeyPass, AR-Experten und Twitter-Livestream. Zuallererst, wenn ihr, sagen wir mal, rund eine halbe Million auf der Seite habt, könnt ihr ein bisschen investieren, sofern ihr mögt. Denn das Schweizer Bundesamt für Strassen startet das Bewerbungsverfahren für E-Tankstellen an Schweizer Raststätten. Insgesamt 100 Rastplätze sollen vergeben werden entlang des Schweizer Nationalstrassennetzes und damit man einigermassen einheitlichen und nicht allzu diversifizierten Dschungel da aufbaut, hat man das Ganze aufgeteilt in 5 Pakete zu je 20 Rastplätzen. Wer interessiert ist und eben, wie gesagt, ein bisschen Flüssiges auf der Seite hat, das braucht dann noch ein bisschen mehr zum Bauen und die anderen Geschichten, die dann noch dazukommen, unterhalten und so weiter. Aber wer da was hat, sollte, kann, darf investieren. Schöne Neuigkeiten für die ganzen E-Mobility, Autofahrer und so weiter, diejenigen, die es natürlich noch werden möchten. Qualcomm hat ja vor kurzem einen neuen Smartwatch-Chip rausgehauen. Der Qualcomm-Chip hört auf den Namen Snapdragon Wear 3100 und ist die dritte Generation der Wearable Chips. Wurde deutlich überarbeitet, aber auch nur auf den ersten Blick, leider so wie es ausschaut, sollte laut Zahlen Daten Fakten bis zu einer Woche halten. Das klingt ja schon mal gut, es soll deutlich weniger Strom im Bereich GPS-Nutzung, im Bereich WLAN-Nutzung etc. bringen, ein integrierter NFC-Chip ist auch mit dabei, der auch weniger Strom braucht, also mit Bezahlen und anderen Geschichten, die über NFC möglich sind, deutlich einfacher möglich sein. Leider aber kommt da wahrscheinlich wieder Wear OS, also das Google-eigene Betriebssystem, dann zum Zuge, wo es dann leider eben nicht länger als einen knappen Tag, eineinhalb reicht. Und da hält natürlich so eine geliebte Apple Watch als Gegenstück oder die Samsung Gear S3 und das neue Modell doch ein bisschen länger und ist zu hoffen, dass, ja, es darf zu hoffen sein, dass dann doch noch ein bisschen mehr rausgeholt werden kann. Die ersten Modelle mit diesem Chip kommen langsam auf den Markt und möchten gern getestet werden. Ich werde mir da sicherlich das eine oder andere Modell mal anschauen und bin dann eben gespannt, wie das Ganze mit der Performance, aber vor allem mit dem Akku ist. Huawei hat ein WLAN-Problem in dem Sinne, eigentlich ist ein Feature, das WLAN-Plus-Feature nämlich, auch wenn ihr das WLAN deaktiviert habt, sucht das Smartphone ständig nach neuen Netzwerken, hat natürlich einen praktischen Hintergrund, dass, ja, wenn ihr schlechten WLAN-Empfang habt, könnt ihr das deaktivieren, damit nicht die ganze Zeit gesucht wird und so weiter. Und wenn ihr euch bewegt, ist das dann vielleicht doch wieder praktisch, wenn ihr auf neue WLAN hingewiesen werdet. Und da hat es aber leider zu dem ein oder anderen unschönen Fehlermeldung gebracht und deshalb hat Huawei regiert und ihr könnt euch einen Patch herunterladen. Sprich, ja, geht mal in die Updates von eurem Smartphone und da bekommt ihr das Ganze ausgeliefert, wenn ihr dann ein Kunde von Huawei seid. Microsoft To-Do, meine, ja, wie soll ich sagen, meine Wahl, wenn es um To-Do-Listen-Apps im Netz geht, aber auch als Apps auf Windows, auf Mac leider nicht, aber iOS und Android, die hat in der Webansicht einen Neuanstrich bekommen, sprich, ein bisschen mehr, ein schlichteres Design und ein neues Feature, was es in den Apps noch nicht gibt, nämlich die Menüpunkt geplant. Neben Mein Tag und Wichtig und Aufgaben kommt jetzt eben die geplante Geschichte mit dazu. Das Ganze wächst und wächst immer mehr. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht und vor allem, wenn die geplant Ansicht in die ganzen Apps wandert und noch viel mehr, wann endlich eine macOS-Version rauskommt. Auf die warte ich nämlich schon lange. Gehen wir weiter zu Apple. Die sind in letzter Zeit fleissig im Bereich VR und AR unterwegs und haben da auch einiges an neue Leute angestellt und jetzt ist man spezifisch auf der Suche nach AR, also Spezialisten im Bereich AR, die für Apple Maps etwas rumcoden und rumbasteln möchten. Wer sich da angesprochen fühlt von unseren Hörern, darf sich da gerne melden. Ein Link dazu ist bei uns in den Shownotes auf daily.geektalk.ch. Und bevor ich zum letzten News komme, noch kurz was zum Passwortmanager KeyPass. Wer den nutzt, die Version 2.4 gibt es jetzt als Update. Somit, wer es installiert hat, unbedingt nachbessern oder das Update installieren. Ich fühle mich bei dem unbedingt mal auf ein bisschen neuen Lack, wie ich vorhin bei Microsoft gesagt habe, freuen, denn das Teil schaut schon sehr altbacken aus. Aber ja, kann man nichts machen. Zumindest die Funktionen stimmen und es funktioniert. Das ist ja die Hauptsache. Die Optik kann man dann immer noch nachbessern. Der Apple-Event steht ja heute Abend aus oder an, besser gesagt. Neue iPhones, neue Apple Watches, neue, keine Ahnung, was es auch immer geben wird. Wir werden euch morgen, oder ich werde euch morgen sicherlich auf dem Laufen halten und euch die Neuigkeiten einigermassen berichten. Und wir werden am Freitag, also zum Ende der Woche, werdet ihr dann für all diejenigen, die auch den Mutter-Podcast, die Geek Talk News Format abonniert haben, dann unsere Folgen mit unseren Meinungen zwei Tage nach der Keynote dann, ja, vertexten und euch dann eben, wie gesagt, für die ganzen Podcatcher zur Verfügung stellen. In diesem Sinne, euch viel Spass beim Verfolgen. Ihr könnt das wie immer über die Apple Watch, über die Apple Watch, genau, über die Apple TV tun oder über irgendeinen Apple Device im Safari Browser. Und in diesem Jahr, ganz neu, Apple macht das Ganze auch über einen Twitter-Livestream. Da bin ich mal gespannt und hoffe, dass sie sich da nicht vertippen oder zu schnell News raushauen. Solche Dinge haben sie auch schon geschafft. In diesem Sinne, wir dürfen gespannt sein und ja, lasst uns doch via Kommentar oder Social Media wissen, wie ihr die Keynote verfolgt. Das würde mich Wunder nehmen. In diesem Sinne, das waren es die paar News, die ich für euch bereit hatte. Euch einen wunderschönen, vor allem einen erfolgreichen Tag und ich freue mich, euch morgen wieder zu hören. Oder umgekehrt. Ihr dürft mich morgen wieder hören, wenn ihr dann mögt. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.